Und dann ein Mann bei uns, dessen Vorstellungen man ganz bewusst ans Ende stellen muss, um die Geschichte dieses Lebens noch ein bisschen länger nachhallen zu lassen. Es gibt nicht viele wie ihn, die tatsächlich Zeitzeugen mehrerer Epochen wurden, die genau genommen ein ganzes Jahrhundert überblicken. 95 Jahre alt ist dieser Mann, als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie 1921 in Wien geboren, in letzter Sekunde dann der Deportation entkommen, in die USA geflohen, dann als GI wieder zurück nach Deutschland gekommen, wo sich ihm die Bilder des kurz zuvor befreiten KZs in Dachau eingebrannt und eingeprägt haben. Und vielleicht sagt er deshalb heute, sehr bemerkenswerter Satz, Heimat, das ist der Ort, an dem man zuerst lernt, angstlos zu leben. Nach dem Krieg gelang ihm eine eindrucksvolle Karriere. Seine Fernsehporträts über Menschen wie Romy Schneider und Marlon Brando sind echte Kunstwerke. Und jetzt mit 95 zeigt er, dass das Europa, das wir heute kennen, keine Selbstverständlichkeit ist. Er zeigt uns anhand von verschollen geglaubten Fotos sein altes Paris. Eindrucksvoll ist das und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Georg Stephan Troller. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich freue mich sehr. Also, ich empfehle mich jetzt sehr, dass ein Mann bei uns ist, der, ich sagte es vorhin schon, der eine unglaubliche Lebensgeschichte hinter sich hat und ein ganzes Jahrhundert sozusagen überblickt. Ich glaube, wir hatten noch nie einen 95-Jährigen hier in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Georg Stephan Troller ist heute unser Gast. Ich möchte ihn noch mal sehr herzlich begrüßen und dessen Geschichte wir uns ganz kurz zu Gemüte führen. Georg Stephan Troller wird 1921 als Sohn eines jüdischen Pelzhändlers in Wien geboren. Als 17-Jähriger erlebt er die sogenannte Reichskristallnacht und kann im letzten Moment vor den Nationalsozialisten fliehen. Über Frankreich schafft er es in die USA und kehrt als amerikanischer Soldat und Gefangenenvernehmer nach Europa zurück. Noch heute stockt er, wenn er von seinen Eindrücken im gerade befreiten KZ Dachau berichtet. Das Lager war erst ein paar Tage vorher befreit worden. Die Leichen lagen herum. Ein ganzer Waggon, ein ganzer Zug voller Waggons von Verhungerten, offenbar von irgendeinem östlichen Lager evakuiert. Der erste Eindruck war, das sind Marionetten, das sind Puppen. Das hat jemand aufgebaut. Das hat jemand hingebaut. Und dann das Begreifen, dass das die eigenen Leute sind. Dass das meine Leute sind. 1949 kommt er nach Paris und feiert mit der Sendereihe Pariser Journal und der ZDF-Reihe Personbeschreibungen große Erfolge. Er führt über 2000 Interviews, unter anderem mit Romy Schneider, Edith Piaf, Konrad Adenauer, Marlon Brando, Ingrid Bergmann und, und, und. Wenn man sich für andere interessiert, sagt er, beginnt man mit sich selber klar zu kommen. Und dieser Mann ist heute unser Gast. Freut mich sehr, dass Sie da sind, Herr Trolle. Herzlich willkommen nochmal bei uns in der Sendung. Das ist ein schöner Gedanke, wenn man sich, das ist ein bisschen auch das Thema von Alexander, wenn man sich für andere interessiert, beginnt man mit sich selber klar zu kommen, Herr Troller. Was heißt das? Naja, das geht weit zurück. Das Fachestein als sogenannte Außenseiter, in diesem Fall als Jude, in einer christlichen oder sich als christlich fühlenden Gesellschaft führt normalerweise zu einer Verunsicherung sich selbst gegenüber. Aber die Emigration verstärkt das ganz stark. Es führt zu einem Verlust der Identität. Ich war immer erstaunt und erschüttert, als ich in Stefan Zweigs Abschiedsbrief den Satz fand, ich finde die Identität mit mir selbst nicht mehr. Dass er der erfolgreichste und reichste Schriftsteller der Zeit das wusste, hat mich schon sehr hingenommen. Weil ich musste etwas finden, jenseits der Psychoanalyse, die ich nicht mochte, in seinem eigenen Unrat herum wühlen, um das auf dem Sofa liegen, jemand anderen zu übermitteln. War nicht mein Bier. Die Chance, dich selber zu heilen, indem man sich mit den Problemen anderer Leute befasst, war das, was ich unbewusst damals, denn das war nicht mein Auftrag, zustande gebracht habe. Das war sozusagen die Chance, die Ihnen das Fernsehen in gewisser Weise auch geboten hat. Deswegen sagen Sie ja auch, ich verdanke eigentlich dem Fernsehen genau genommen mein Überleben. Da werden wir später noch drüber sprechen. Wir haben eben diese Bilder gesehen. Sie waren eine Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Woche nach der Befreiung des KZs in Dachau, waren Sie mit Ihren Leuten, mit Ihrer Truppe, mit den GIs, waren Sie dort in diesem Lager. Was sind das für Bilder, die Sie heute noch im Kopf haben? Einen Moment lang, also es war tatsächlich drei Tage nach dem Einmarsch in München, ja, oder sogar nur zwei, ich weiß nicht, es war ein Wochenende. Einen Moment lang dachte ich, dass da ein verrückter Puppenspieler diese Leichen hinblaschiert hat, um für die amerikanische Wochenschau etwas Aufregendes zu tun. Dass Menschen fähig sind, anderen Menschen das anzutun, ja. Da war ein Eisenbahnzug, der diese Todesmeerschiffe aus den Lagern nach Westen stand, nicht unbedingt zu Fuß stand, sondern zum Teil in offenen Zügen. Menschen sind darauf erfroren teilweise, das war der Rückzug sozusagen aus dem Osten, ne, Auschwitz, Birkenau. Die wurden ausgelagert nach Dachau und in wochenlangen Zugfahrten in offenen Waggons durch diesen eisigen Winter, ohne Essen und ohne Nahrung und ohne Trinken. Und die haben einander angezapft. Angezapft heißt? Einander das Blut abgesaugt, um etwas zu trinken zu haben. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Es war irgendwie nicht vorstellbar. Also tausende von Skeletten mit gelber Haut überzogenen Skeletten, die da herumlagen. Und ich dachte, das sind Puppen, das sind Marionetten. Und dann stieg mir auf, nein, das sind meine Leute. Das hätte ich sein können, wenn nicht so und so oft ein Zufall mir zu Hilfe gekommen wäre. Und dann habe ich das alles fotografiert. Ich habe die Fotos dann dem, ich weiß nicht, wie das heißt, der Lagerverwaltung der heutigen Übermacht. Das Fotografieren hat, wie das Filmen, ist ja eine Möglichkeit, mit Dingen fertig zu werden, die einen sonst überwältigen würden. Man sieht die Dinge durch die Optik, anstatt real zu sehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, wenn man sich dann so intensiv, Sie haben sehr, sehr viel fotografiert, deswegen gibt es auch bald diesen schönen Bildband, wo lauter alte Fotos von Ihnen drin sind, über ein Paris, das wir so heute uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ein sehr ärmliches und trauriges Paris teilweise, so wirklich ungeschönt und ungeschminkt, die Sie mit Ihrer alten Kamera gemacht haben. Aber wenn man das macht, auch in Dachau jetzt, wenn man diese Fotos macht, durch die Linse hat man zwar einen gewissen Schutz, aber man schaut auch viel genauer hin. Ja, aber man schafft gleichzeitig Distanz. Es wird erlebnisfähig, es wird vertaubar, man kann irgendwie damit leben. Ich geniere mich natürlich, dass ich das so empfunden habe, aber ich merkte das dann auch bei der Filmerei, dass das eine Möglichkeit ist, mit diesen ganzen schwierigen Problemen fertig zu werden. Aber man wird ja nicht endgültig fertig. Aber man überlebt damit, wo man sonst normalerweise vielleicht draufgegangen wäre. Nehmen Sie uns einmal mit in diese Zeit. Was war das für eine Atmosphäre in München? Ich weiß, dass Sie mit Ihren Leuten, Sie waren in der alten Wohnung von Adolf Hitler. Sie waren in der Wohnung von Eva Braun. Was war mit den Münchnern? Wie haben die auf Sie reagiert? Was haben die Ihnen erzählt über das, was Sie da wussten? Ich meine, Dachau ist etwas, was, davon konnte man was wissen. Also Dachau ist kein Ort, wer jemals dort war, von dem man sagen muss, da haben wir nichts mitgekriegt. Das war aber genau so. Die Amerikaner haben ja Münchner Bürger im Autobus nach Dachau hinausgebracht. Und die haben alle ja komplett überrascht seinen Kund getan. Davon habe ich ja nichts gewusst, das habe ich nie gehört. Und eine Frau, ich hatte einen Kollegen da, der auch in der Gefangenenvernehmung, mit dem ich Deutsch sprach, und da kam eine Frau auf mich zu, aus dem Publikum, die hielten ja alle Taschentücher an die Nase, weil die Leichen ja stanken, und sagte, das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Also uns da rauszubringen in den Bus, um uns diese Bilder zuzumuten. Ja, genau. Also die Atmosphäre war das komplette Selbstmitleid, neben dem Überzeugtsein, dass man nichts damit zu tun hatte. Das Selbstmitleid, wir in den Bombennächten oder nachher auch zum Teil in Österreich unter den Russen, unter den Ivans, nicht wahr? Wir haben es doch schon alles gebüßt. Was wollt ihr jetzt noch von uns? Es ist ja schon, also es ist schon erledigt. Das ist genau das, was wir heute hören von Menschen wie Björn Höcke zum Beispiel, von der AfD, wenn der dann sagt, dieser Schuldkult und so weiter, das muss dann mal ein Ende haben. Genau das. Ja, so ist es. So alt ist das. Das kommt natürlich, ja, jeder will unschuldig sein oder unschuldig werden und sich unschuldig proklamieren. Und das passiert da jetzt. Und das ist natürlich, ich meine, die große Bewunderung, die man für diese neuestandene Bundesrepublik hatte, beruhte ja darauf, dass es vielleicht als einziges Land wirklich mit dieser Vergangenheit sich konfrontiert hat. Ja, das finde ich schon. Das ist passiert. Ja, absolut. Deswegen glaube ich ja auch, deswegen glaube ich ja auch, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, dieses Land hat so viele aufrechte Demokraten, Menschen, die sich Gedanken machen, auch über Demokratie, dass ich da nie bange bin, dass da von dieser ganz widerlichen Seite noch mal jemals was kommen könnte. Glauben Sie das? Oder wie sehen Sie das? Ich glaube es tatsächlich, obwohl ich es lange nicht geglaubt habe, ich glaube tatsächlich, dass das Land jetzt, sagen wir, gerettet ist. Dazu möchte ich noch eine Sache sagen, was die Merkel betrifft, mit der sie sich auseinandergesetzt haben. Da sind wir wieder. Man hat ja Deutschland immer respektiert, gefürchtet, gehascht, bekriegt und so weiter. Aber vielleicht mit Ausnahme der romantischen Periode, wertes Leiden oder so, nie geliebt. Als die Merkel sagte, wir schaffen das, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, einen Moment lang, dass man dieses Deutschland in Frankreich zum Beispiel lieben kann. Sozusagen die Sicht von draußen. Die Erzählung darüber, dass Sie in diesen Wohnungen auch drin waren, von Hitler und von Eva Braunel, das stimmt, ja? Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja klar, wir gingen da alle hin, ich war nicht der Einzige. Ja, ja. Naja, da stand der gesamte Karl May. Da stand ein Brief, unterschrieben von Göring, Göring, Schimmler und so weiter. Während, ich glaube, während des Marsches auf München, wie hieß denn das, Capucho? Ja, ja, ja. Da stand, mein Führer in dieser schweren Lage, erklären wir dir unsere ewige Treue und so weiter. Und die hatten alle miteinander unterschrieben. Das hast du dann auch im Gefängnis unterschrieben. Ja, ja, genau. Und dann, naja, ein kleines Feilchensträuchchen, schon verblüht und so weiter, aber in Pappe eingeklebt. Und da stand, mein Führer, ich bin 14 Jahre alt und so was, und ich wollte dir nur sagen, ich liebe dich aus vollem Herzen, werde dich immer lieben, du bist der Einzige geliebt, den ich hier haben werde. Und irgend sowas, ja. Das hat er sich aufgehoben. Geliebt werden war bestimmt eine der Anmutungen, mit denen Hitler lebenslang zu tun hatte. Er wollte geliebt werden. Vielleicht, also vom Volke, wie er das nannte, mussten ja nicht unbedingt von Frauen sein. Ich glaube ja, dass er seit der Liebe zu seiner verstorbenen Mutter keine Liebesfähigkeit mehr hatte, weder zu Männern noch zu Frauen. Und wer nicht lieben kann, muss hassen. Das ist die furchtbare Wahrheit. Und seine Unfähigkeit, er hatte diese Kumpelei und so, das mochte er gern, ja. Und er liebte Hunde oder seinen Hund. Wie hieß der? Hab vergessen. Hansi. Blondi, Blondi. 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 Aufbezeichnend. Blondi, ja. Naja. Brauni wäre vielleicht besser gewesen, aber... Es ist ja einfach, Tiere zu lieben. Ja, vor allem, weil sie einen gleich zurücklieben. Aber er konnte nicht lieben, also musste er hassen. Und ich glaube schon, dass dieser Hasch ihn lebensfähig machte und überlebensfähig machte. Auch von Hass kann man leben. Von Hass kann man leben. Sie sagen hier lauter so Sätze, die kann man sich so direkt so ins Notizbuch einfach mal reinschreiben. Wer nicht liebt, der muss fast zwangsläufig hassen. Ich würde gerne noch zwei Stationen kurz ansprechen, Herr Troller. Das Erste, Sie haben versucht, nach dem Krieg wieder in Österreich, wo Sie ja ursprünglich herkamen, wieder heimisch zu werden. Und sagten, das ging nicht. Das war einfach unmöglich, weil an der Uni lehrten Naziprofessoren, als wäre nichts gewesen. Ja, also der Leiter, der ich war in der Theatergeschichtlichen Abteilung, das hat mich damals interessiert, ich wollte ja Theaterautor werden, ja. Und musste dann halt leider Filmemacher werden. Aber Theaterwissenschaft studiert im Theaterwissenschaftlichen Institut in Hofburg, sehr schön, wurde der Leiter nach wie vor, Herr Professor Kindermann. Und Herr Professor Kindermann war einer der Obernazis in der Hitlerzeit, unter den vielen österreichischen Nazis, und hat auch eines dieser wunderschönen Bundestagsgedichte für Hitler verfasst, ja, die ja nachher gesammelt herausgebracht wurden. Und der konnte weiter Direktor oder Intendant, oder wie das hieß, dieser Theaterwissenschaftlichen Fakultät sein. Und niemand hat ihm das übel genommen. Und es wurde dann unter uns Studenten verteilt, jeder von uns sollte über ein oder zwei Autoren, die besonders lagen, ein Essay verfaschen oder einen Vortrag, eine Vorlesung, ja. Und, na ja, Herr Troller, Sie können ja dann am besten über jüdische Autoren etwas sagen, und Sie vielleicht über Autoren aus dem Dritten Reich, ja. Und das war dasselbe. Das war auf der gleichen Ebene. Es ging so in einem durch. Ja, ging durch. Ja, ja. Vorstellbar. Also, das war nicht zu verkraften, ja. Obwohl die sich alle um mich bemühten, ja. Das merkte man so. Dieser künstlich aufgesetzte Philosemitismus, den man ja nachher auch durchschaut hat, aber man spürte so richtig dahinter, dass der alte, nicht der alte Hasslebendig war, sondern die alte Gleichsetzung. Gut und Böse ist gleich. Es ist dasselbe. Es ist wurscht. Solange ich nur gut lebe und überlebe, und wir haben ja den Krieg überlebt, wir haben den Hitler überlebt, jetzt können wir uns auch damit lobend befassen und das ist das auch, was jetzt da passiert bei der AfD, ja. Ja, und das ist der Grund, warum Sie dann, würde Tage dauern, um das alles zu erzählen, weil Sie so ein reiches, auch irgendwie ein schönes Leben hatten, intensives Leben hatten, der dann am Ende dazu führte, dass Sie mittlerweile seit 70 Jahren in Paris leben und ich würde gerne zum Schluss von Ihnen wissen, diese Bilder, die da jetzt aufgetaucht sind, die haben Sie auf dem Dachboden gefunden. Sie haben all diese Fotos gemacht. Nein, also ich korrigiere es. Sie sind nicht auf dem Dachboden? Nein. Sondern? Unter dem Bett. Unter dem Bett, okay. Das ist natürlich eine völlig andere Situation. Aber alte Fotos von Ihnen, die Sie lieben. Ich habe in den frühen 50er Jahren sehr früh dieses Paris, in dem ich in, ich habe ja die Besatzungszeit erlebt, in dem ich in Hassliebe zugetan war, habe ich versucht, mir zu erobern über die Fotografie und nachher übers Filmen. Schau mal, schau mal, sind das Prostituierte, die wir da sehen? Nein, überhaupt nicht. Das sind Clochards, für die eine Weihnachtsfeier abgehalten wird. Und die singen alte Hymnen mit und haben so künstliche Tränen, sie aus den Augen gewischt. Tolle Situation. Unter einer Brücke, unter einer Pariser Brücke. Ich wollte gerade sagen, man sieht, das ist eine harte Szenerie. Das ist kein großer Spaß. Ein wohltätiger Verein hat die zum Weihnachtsabend eingeladen, versorgt mit Eschen und so weiter. Und dann kamen uralte Schauspieler und haben für die Chansons gesungen und so. Und dann Hymnen, dann gab es einen Gottesdienst, da haben sich die meisten verdrückt. Aber es blieben so ein paar Dozentar und die haben dann Hymnen mitgesungen und geweint. Und eine Frau hat sich auf einmal am Fußboden fallen lassen und schrie, mein Leben, mein Leben, was habe ich gemacht mit meinem Leben, Jesus, Jesus und so weiter. Das war schon ganz hinten. Ich frage dir deswegen nach den Prostituierten, weil auch die tauchen da drin auf. Sie zeigen sozusagen auch wirklich die Fratze auch teilweise, dieses Paris, auch wie ärmelig das teilweise war, wie hart diese Gesichter sind. Also jeder, der Paris mag und der Fotografie mag, muss sich dieses Buch besorgen. Das ist ein Schatz, den Sie da gefunden haben. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Troller, dass Sie uns das heute mitgebracht haben, dass Sie heute unser Gast waren, ein Jahrhundertzeuge hier in dieser Sendung. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch in der Sendung. Das war's für heute. Und ausgelagert nach Dachau und in wochenlangen Zugfahrten in offenen Waggons durch diesen eisigen Winter, ohne Essen und ohne Nahrung und ohne Trinken. Und die haben einander angezapft. Angezapft heißt? Einander das Blut abgesaugt, um etwas zu trinken zu haben. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Es war irgendwie nicht vorstellbar. Also tausende von Skeletten mit gelber Haut überzogenen Skeletten, die da herumlagen. Und ich dachte, das sind Puppen, das sind Marionetten. Und dann stieg mir auf, nein, das sind meine Leute. Das hätte ich sein können, wenn nicht so und so oft ein Zufall mir zu Hilfe gekommen wäre. Und dann habe ich das alles fotografiert. Ich habe die Fotos dann dem, ich weiß nicht, wie das heißt, der Lagerverwaltung der heutigen Übermacht. Das Fotografieren hat, wie das Filmen, ist ja eine Möglichkeit, mit Dingen fertig zu werden, die einen sonst überwältigen würden. Ja, man sieht die Dinge durch die Optik, anstatt real zu sehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, wenn man sich dann so intensiv, Sie haben sehr, sehr viel fotografiert, deswegen gibt es auch bald diesen schönen Bildband, wo lauter alte Fotos von Ihnen drin sind, über ein Paris, das wir so heute uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ein sehr ärmliches und trauriges Paris teilweise, so wirklich ungeschönt und ungeschminkt, die Sie mit Ihrer alten Kamera gemacht haben. Aber wenn man das macht, auch in Dachau jetzt, wenn man diese Fotos macht, durch die Linse hat man zwar einen gewissen Schutz, aber man schaut auch viel genauer hin. Ja, aber man schafft gleichzeitig Distanz. Es wird erlebnisfähig, es wird vertaubar. Man kann irgendwie damit leben. Ich geniere mich natürlich, dass ich das so empfunden habe. Aber ich merkte das dann auch bei der Filmerei, dass das eine Möglichkeit ist, mit diesen ganzen schwierigen Problemen fertig zu werden. Aber man wird ja nicht endgültig fertig. Aber man überlebt damit, wo man sonst normalerweise vielleicht draufgegangen wäre. Nehmen Sie uns einmal mit in diese Zeit. Was war das für eine Atmosphäre in München? Ich weiß, dass Sie mit Ihren Leuten, Sie waren in der alten Wohnung von Adolf Hitler. Sie waren in der Wohnung von Eva Braun. Was war mit den Münchnern? Wie haben die auf Sie reagiert? Was haben die Ihnen erzählt? In den Bombennächten oder nachher auch zum Teil in Österreich unter den Russen, unter den Ivans, nicht wahr? Wir haben es doch schon alles gebüßt. Was wollt ihr jetzt noch von uns? Es ist ja schon, also es ist schon erledigt. Das ist genau das, was wir heute hören von Menschen wie Björn Höcke zum Beispiel, von der AfD. Wenn der dann sagt, dieser Schuldkult und so weiter, das muss dann mal ein Ende haben. Genau das. Ja, so ist es. So alt ist das. Das kommt natürlich, ja jeder will unschuldig sein oder unschuldig werden und sich unschuldig proklamieren. Und das passiert da jetzt. Und das ist natürlich, ich meine, die große Bewunderung, die man für diese neuerstandene Bundesrepublik hatte, beruhte ja darauf, dass es vielleicht als einziges Land wirklich mit dieser Vergangenheit sich konfrontiert hat. Ja, das finde ich schon. Das ist passiert. Absolut. Deswegen glaube ich ja auch, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, dieses Land hat so viele aufrechte Demokraten, Menschen, die sich Gedanken machen, auch über Demokratie, dass ich da nie bange bin, dass da von dieser ganz widerlichen Seite noch mal jemals was kommen könnte. Glauben Sie das? Oder wie sehen Sie das? Ich glaube es tatsächlich, obwohl ich es lange nicht geglaubt habe, ich glaube tatsächlich, dass das Land jetzt, sagen wir, gerettet ist. Dazu möchte ich noch eine Sache sagen, was die Märkte betrifft, mit der sie sich auseinandergesetzt haben. Da sind wir wieder. Man hat ja Deutschland immer respektiert, gefürchtet, gehascht, bekriegt und so weiter, aber vielleicht mit Ausnahme der romantischen Periode, wertes Leiden oder so, nie geliebt. Und als die Merkel sagte, wir schaffen das, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, einen Moment lang, dass man dieses Deutschland in Frankreich zum Beispiel lieben kann. Sozusagen die Sicht von draußen, die Erzählung darüber, dass Sie in diesen Wohnungen auch drin waren von Hitler und von Eva Braun, das stimmt, ja? Ja, ja, das stimmt ja. Ja klar, wir gingen da alle hin, ich war nicht der Einzige. Naja, da stand der gesamte Karl May, da stand ein Brief, unterschrieben von Göring, Göring, Himmler und so weiter, während, ich glaube, während des Marsches auf München, wie hieß denn das? Tappputsch, also die Eisenbahnzug, diese Todesmeerschiffe aus den Lagern nach Westen, nicht unbedingt zu Fuß stand, schon zum Teil in offenen Zügen. Menschen sind darauf erfroren teilweise, das war der Rückzug sozusagen aus dem Osten, Auschwitz, Birkenau und so weiter. Die wurden ausgelagert nach Dachau und in wochenlangen Zugfahrten in offenen Waggons durch diesen eisigen Winter ohne Essen und ohne Nahrung und ohne Trinken. Und die haben einander angezapft. Angezapft heißt? Einander das Blut abgeschaukt, um etwas zu trinken zu haben. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Es war irgendwie nicht vorstellbar. Also tausende von Skeletten mit gelber Haut überzogenen Skeletten, die da herumlagen. Und ich dachte, das sind Puppen, das sind Marionetten. Und dann stieg mir auf, nein, das sind meine Leute. Das hätte ich sein können, wenn nicht so und so oft ein Zufall mir zu Hilfe gekommen wäre. Und dann habe ich das alles fotografiert. Ich habe die Fotos dann dem, ich weiß nicht, wie das heißt, der Lagerverwaltung der heutigen Übermacht. Das Fotografieren hat, wie das Filmen, ist ja eine Möglichkeit, mit Dingen fertig zu werden, die einen sonst überwältigen würden. Ja, man sieht die Dinge durch die Optik, anstatt real zu sehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, wenn man sich dann so intensiv, Sie haben sehr, sehr viel fotografiert. Deswegen gibt es auch bald diesen schönen Bildband, wo lauter alte Fotos von Ihnen drin sind über ein Paris, das wir so heute uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ein sehr ärmliches und trauriges Paris teilweise, so wirklich ungeschönt und ungeschminkt, die Sie mit Ihrer alten Kamera gemacht haben. Aber wenn man das macht, auch in Dachau jetzt, wenn man diese Fotos macht, durch die Linse hat man zwar einen gewissen Schutz, aber man schaut auch viel genauer hin. Ja, aber man schafft gleichzeitig Distanz. Es wird erlebnisfähig. Es wird vertaubar. Man kann irgendwie damit leben. Ich geniere mich natürlich, dass ich das so empfunden habe. Aber ich merkte das dann auch bei der Filmerei, dass das eine Möglichkeit ist, mit diesen ganzen schwierigen Problemen fertig zu werden. Aber man wird ja nicht endgültig fertig. Aber man überlebt damit, wo man sonst normalerweise vielleicht draufgegangen wäre. Auf Konrad Adenauer, Marlon Brando, Ingrid Bergmann und, und, und. Und wenn man sich für andere interessiert, sagt er, beginnt man mit sich selber klar zu kommen. Und dieser Mann ist heute unser Gast. Freut mich sehr, dass Sie da sind, Herr Troller. Herzlich willkommen nochmal bei uns in der Sendung. Das ist ein schöner Gedanke. Wenn man sich, so ein bisschen auch das Thema von Alexander, wenn man sich für andere interessiert, beginnt man mit sich selber klar zu kommen, Herr Troller. Was heißt das? Na ja, das geht weit zurück. Das Fachestein als sogenannte Außenseiter, in diesem Fall als Jude, in einer christlichen, oder sich als christlich fühlenden Gesellschaft, führt normalerweise zu einer Verunsicherung sich selbst gegenüber. Die Emigration verstärkt das ganz stark. Es führt zu einem Verlust der Identität. Ich war immer erstaunt und erschüttert, als ich in Stefan Zweigs Abschiedsbrief den Satz fand, ich finde die Identität mit mir selbst nicht mehr. Dass er der erfolgreichste und reichste Schriftsteller der Zeit das wusste, hat mich schon sehr hingenommen. Ich musste etwas finden, jenseits der Psychoanalyse, die ich nicht mochte, in seinem eigenen Unrat herumwühlen, um das auf dem Sofa liegen, jemand anderen zu übermitteln, war nicht mein Bier. Die Chance, sich selber zu heilen, indem man sich mit den Problemen anderer Leute befasst, war das, was ich unbewusst damals, denn das war nicht mein Auftrag, nicht der Plan, ja, zustande gebracht habe. Das war sozusagen die Chance, die Ihnen das Fernsehen in gewisser Weise auch geboten hat. Deswegen sagen Sie ja auch, ich verdanke eigentlich dem Fernsehen genau genommen mein Überleben. Da werden wir später noch drüber sprechen. Wir haben eben diese Bilder gesehen. Sie waren eine Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Woche nach der Befreiung des KZs in Dachau. Waren Sie mit Ihren Leuten, mit Ihrer Truppe, mit den GIs, waren Sie dort in diesem Lager. Was sind das für Bilder, die Sie heute noch im Kopf haben? Einen Moment lang, also es war tatsächlich drei Tage nach dem Einmarsch in München, ja, oder sogar nur zwei, ich weiß nicht, es war ein Wochenende. Einen Moment lang, und wer nicht lieben kann, muss hassen. Das ist die furchtbare Wahrheit. Und seine Unfähigkeit, er hatte diese Kumpelei und so, das mochte er gern, ja. Und er liebte Hunde oder seinen Hund. Wie hieß der? Hab vergessen. Haben Sie? Blondie, Blondie. 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 Aufgezeichnend, Blondie, ja. Naja. Braunie wäre vielleicht besser gewesen, aber... Das ist ja einfach, Tieren zu lieben, ja. Vor allem, weil sie einen gleich zurücklieben. Aber er konnte nicht lieben, also musste er haschen. Und ich glaube schon, dass dieser Hasch ihn lebensfähig machte und überlebensfähig machte. Auch von Hass kann man leben, ja. Von Hass kann man leben. Sie sagen hier lauter so Sätze, die kann man sich so direkt so ins Notizbuch einfach mal reinschreiben. Wer nicht liebt, der muss fast zwangsläufig hassen. Ich würde gerne noch zwei Stationen kurz ansprechen, Herr Troller. Das erste, Sie haben versucht, nach dem Krieg wieder in Österreich, wo Sie ja ursprünglich herkamen, wieder heimisch zu werden. Und sagten, das ging nicht. Das war einfach unmöglich, weil an der Uni lehrten Nazi-Professoren, also wäre nichts gewesen. Ja, also der Leiter, der ich war in der Theatergeschichtlichen Abteilung, das hat mich damals interessiert, ich wollte ja Theaterautor werden, ja. Und musste dann halt leider Filmemacher werden. Aber Theaterwissenschaft studiert im Theaterwissenschaften-Institut in Hofburg, sehr schön, wurde der Leiter nach wie vor, Herr Professor Kindermann. Und Herr Professor Kindermann war einer der Obernazis in der Hitlerzeit unter den vielen österreichischen Nazis. Und hat auch eines dieser wunderschönen Bundestagsgedichte für Hitler verfasst, ja. Die ja nachher gesammelt herausgebracht wurden. Und der konnte weiter Direktor oder Intendant oder wie das hieß, dieser Theaterwissenschaft auf der Fakultät sein. Und niemand hat ihm das übel genommen. Und es wurde dann unter uns Studenten verteilt. Jeder von uns sollte über ein oder zwei Autoren, die besonders lagen, ein Essay verfaschen oder einen Vortrag, eine Vorlesung, ja. Und, naja, Herr Troller, Sie können ja dann am besten über jüdische Autoren etwas sagen. Und Sie vielleicht über Autoren aus dem Dritten Reich, ja. Und das war dasselbe. Das war auf der gleichen Ebene. Es ging so in einem durch. Ja, ging durch. Ja, ja. Vorstellbar. Das war nicht zu verkraften, ja. Obwohl die sich alle um mich bemühten, ja. Das merkte man so. Dieser künstlich aufgesetzte Philosemitismus, den man ja nachher auch durch.